Hallo Leute, hier von dieser Steinbruchstätte wollen wir gucken, dass wir zur Baumaterialienfabrik noch Ware hinbringen. Das heißt, wir müssen hier LKWs hinschicken und dann darüber bringen, damit die Kapazitäten besser ausgelastet werden. Ich würde sagen, hier schauts Logo und dann fangen wir hier an. So, das bedeutet, dass wir hier LKW brauchen, Gebäude brauchen, LKW-Station, die wir hier rotieren. Oh, die wird da so eingearbeitet in dem, vielleicht kann man sie besser auf dieser Seite machen, vielleicht gehts da nicht so teuer, sieht ganz so nah aus. Zack, bauen wir so da hin. Dann brauchen wir ein Depot. Wo ist hier eins? Nebengleis, das ist kein Depot. Da ist auch kein Depot. Hier wäre eins, ich weiß noch nicht, ob sie da hinkommen, kaufen wir aber. Das waren diese LKWs. Nehmen wir mal 10er. Kaufen wir. Das wird eine neue Linie, die von dort nach dort fahren. Gut. Müsste jetzt klappen, ne? Ich frage, ob die da auch hin können, aber ich gehe mal von aus, sonst hätten die wahrscheinlich schon gemeckert. Ja, die fahren ja hier auch los. Nehmen wir 92, 10 Stück, ja, lass mal so. Das ist, auf jeden Fall kommt das gut hin, dass die von da nach da das jetzt bringen. Und dann wird sich das hier auch noch verbessern. Versand, Transport, Transport 55%, 81 Steine. Wie sieht es hier jetzt aus? Hier sind 11, da wird es schon mehr werden dann. Die Linie 89, die hat jetzt natürlich nicht so viel. Achso, das wollten wir vielleicht auch noch gucken, ne? Weil die LKWs stehen hier und da passiert ja gerade nichts, ne? Kommt die irgendwo ein Zug? Der fährt gerade da rein. Hat sich 70 Steine dabei, das heißt, er müsste hier hinten auch hinfahren. Gut, wenn die 70 Steine hier nur sind, wo sind dann, die kommen ja von hier auf der anderen Seite, ne? Hier liegen aber keine mehr, okay? Das heißt, wir müssen mal gerade gucken. Da, und der hat 52 nur drin. Warum sind nur 52 Steine da? Wir kommen zu wenig her, oder? Okay, das würde bedeuten, wir müssen mal schauen. Wo ist das? Hier ist das. Wer sind denn noch Lieferanten? Achso, es sind nur die zwei, okay. Da und da. Okay, dann können wir da nichts ändern. Dann wird es nicht besser werden. Wo ist es denn jetzt? Jetzt sind wir hier schon voll falsch abgebogen, oder was? Das war hier, ne? Produktion ist so, Versand ist schlecht. Das heißt, okay, da sind wir sowieso noch ganz frisch. Und hier ist, ja, das Transport ist 86 Prozent, das heißt, aber ausbauen tut es sich hier nicht, ne? Weil hier gibt es nichts zum Ausbauen. Okay, dann ist das halt so. Gut, äh... Achso, der Markus... Ich weiß nicht, wie er weiter hieß. Vollhaupt oder so ähnlich. Der hatte geschrieben, in Folge 96, habe ich irgendwie die ganzen Signale falsch gemacht, hat er gesagt. Ich weiß nicht, wo und wann er das meinte. Züge fahren auf jeden Fall, ne? Ich hatte ja immer mal nachgefragt, habe ich aber keine Antwort bis jetzt gerecht. Vielleicht kommt das ja noch, weiß ich nicht. So, hier, Cola ist klar. Und hier liegen genug Sachen. Warte mal, lass mal schneller laufen. Nimmt der denn was mit? Ja, der nimmt die Kohle mit, okay. Hier ist der Kohle-Werkwerk, ja, passt ja. Und dann wird das irgendwo anders hingeliefert, ne? Wahrscheinlich noch da, ja. Wie sieht es denn hier aus? Da ist ja jetzt nur Kohle oder was und kein Eisen. Da müsste man natürlich noch was machen mit Eisen, ne? Und das ist natürlich auf der anderen Seite von der Karte. Denn N wäre hier. Die fahren das doch hier rüber, ne? Der hat jetzt auch 38 Tonnen da drauf. Die bringen das hier hin. Und das befindet sich dann auch auf der Linie. Aber nicht... Das ist der Zug, ne? Zug Nummer 7. Wo ist denn der jetzt gerade am rumfahren? Die kommen gerade hier reingefahren. Aber der soll noch was mitnehmen. Das will ich aber gar nicht. Ich will, also will ich schon, ne? Aber wie, ja, Klesden-Abzweig? Linie 51. Linie 51 sind die hier, ne? Ja. Der wartet gerade auf irgendwas. Okay, hier ist jetzt auch schon überfüllt. Das würde bedeuten, Linie 85, Linie verwalten. Ne, Fahrzeuge verwalten. Fahrzeuge klonen. Mach mal. So, dann fahren da mehr drauf. Weil hier liegt ja sowieso zu viel, ne? Das muss ja alles abgeholt werden, ne? Ja, wird werden. So, aber trotz alledem, hier ist es ja noch nicht ausreichend, ne? Der hat jetzt... Der hat gar nichts drauf. Der hat 38 Kohle drauf. Fährt denn einer auch alles anders wie Kohle? Ah, hier. Er fährt auch Erze. So, und dann ist noch die nächste Frage. Abnehmer. Kein einziger da, ne? Oh, das ist auf der anderen Seite der Karte. Binnenenden ist da. Kospoda ist hier. Kospoda ist wahrscheinlich noch am nächsten. Ja, da ist es. Und Dörren. Und Dörren ist auch weit weg. Aber hier wird es ja am ehesten noch hin lohnen, ne? Stahlträger sind das dann, ne? Die sind dann hier. Die dann hier rüberfahren. Auch schwierig, ne? Hier ist noch eine Bus... Äh, eine Linie. Okay, da könnte man vielleicht... Ja, bringt's das. Bis hier hin bringen. Von da nach da eine Strecke rüber machen. Dann könnte man das... Oder so fahren, weiß ich nicht. Gestaltet sich schon schwierig, ne? Aber warte mal, hier sind ja auch LKW, die... Sowas fahren. Aber Stahlträger, können diese LKW Stahlträger auch fahren? Ach, das sind alle. Das sind ja alle Güter. Das würde gehen. Und die fahren... Wo kommt der jetzt weg? Hier, Linie 82 kommt... Ah, von da. Okay, Linie 82 kommt von da. Okay, hier sind Kipper nur drin, ne? Das ist auch ein Kipper. Da müsste man die eigentlich alle ersetzen. Durch so ein... Anderes Fahrzeug, ne? Wenn ich die jetzt verwalte, ne? Und... Und... Puh... Farbe für alle Fahrzeuge ändern, auch sehr cool. Fahrzeuge, alle Fahrzeuge ersetzen, durch diese. Die können alle Güter transportieren. Wie viel 32 Tonnen? Die sind natürlich etwas größer, ja? Der kann weniger, ne? Dafür könnten die dann... Es gibt 20 zu ersetzende Fahrzeuge. Machen wir mal. Weil dann kann die Ware nämlich auch zurückgebracht werden, nach hier. Das ist dann nur die Frage, wie kriegen wir die noch da rüber? Das würde bedeuten, wir müssen hier abbiegen, um das hier hin zu liefern. Und von da aus... ...würden diese Fahrzeuge wiederum das auch wieder mitnehmen können. Linie 89... Fahrzeuge verwalten, das, das, alle austauschen. Bringt auf der einen Seite erstmal weniger, ja? Aber am Ende bringt es uns mehr. Weil die könnten jetzt... Linie 85 fährt jetzt nichts zur Zeit, aber vielleicht... Die kommen jetzt bis dahin. Das würde das bedeuten, dass wir noch einen Zug hier fahren lassen müssten. So, das bedeutet, jetzt ist es zweigleisig. Ja, komm, da holen wir mal gerade hier aus dem Zugdepot noch ein Fahrzeug raus. Fahrzeug kaufen. Dieses ist, glaube ich, zur Zeit die beste Lok. Na, ja, das ist die. Kaufen wir. Und... Cargo. Alle Güter hier, oder nicht? Ne, nicht alle Güter. Dieser kann viele Güter. Wieso kann der denn nicht alles? 13, 60, ne, 20. Kann der mehr, ne? Okay, bei den Güter ist das halt so. Machen wir mal so. Kaufen wir. Dann kommt da eine neue Linie drauf. Und der fährt von da... ...nach da. Genau, und dann müssen wir jetzt noch... ...was bauen. Steigung zu groß. Na, super. Das würde gehen. Dann bauen wir das doch. Das ist komisch hier, das bauen wir nicht so. So, dann haben wir das auch gebaut. Jetzt müsste der Zug überfahren können, oder? Zack, zack, Linie 93, läuft, oder? Sehr schön. Der hat aber nichts geladen zur Zeit. Gut, vielleicht klappt das aber jetzt hier dann, ne? Da liegt aber noch nichts. Das heißt, es ist nur nichts passiert. Der fährt jetzt von da, kann er nach da. Ja, die können nach da, oder? Ja. Die können dann da, mit rumfahren, nach da. Das ist hier angeschlossen. Und dann würde das von dort... ...nach hier hin laufen. Das sind das für Fahrzeuge. Die kommen jetzt von hier hinten weg, ne? Aber das ist jetzt... Warte mal, hier fahren auch welche rum. Und das sind schon die richtigen, ne? Warte mal, da, Linie 81 kommt von... ...dort, okay. Okay. Das heißt, wir machen einfach die Linie 81, äh, doch 81, kurz anders. Bis die da mit rumfahren, oder? Ich weiß gar nicht, ach, die bringen Holz hier hin, wahrscheinlich, ne? Okay, hier fährt ein Zug lang. Der fährt nach da. Ist der Zug denn angeschlossen mit dem? Ne, ist ja gar nicht verbunden, dann shit. Das ist ein bisschen doof. Wo fährt der Zug hin, dann, die Frage? Der fährt hier lang. Macht jetzt nicht so einen Sinn da lang, oder? Wir müssen hier nach Dörren. Und nach, wie ist das andere? Hier die beiden. Cospoda-Warenfabrik und da hin müssen wir. Und die sind, äh, der war natürlich gerade der falsche, den ich hier gestript, weil das muss ja auch einen geben, der hier anders liefert. Hier der hier. Ne, ich wollte die Linie, so. So, der fährt nach da hin, Cospoda. Von Cospoda ist kein Problem, dass das rübergebracht wird, weil das ja beide die gleichen Fabriken sind. Die haben auch Zulieferer. Das bedeutet, wir müssten eigentlich hier irgendwo hin. Cospoda. Ja, ist hier ein Bahnhof? Ne. Der Zug fährt schon da hin, aber da müssten wir hier noch einen Halt haben. Wo kriegen wir hier noch ein paar Halt hin? Schwierig, ne? Hier vielleicht. Ja, machen wir. Hier machen wir einen Halt hin. Gebäude. Durchgangsbahnhof. Man, das sieht schon wieder schlecht aus, ne? Voll aufgeschüttet dann, ne? Immer aufgeschüttet. So wird es nur am ehesten aussehen, ne? Komm, egal. So sieht es auch nicht toll aus. So wird es nur mit am besten aussehen, ne? Komm, machen wir mal so. Äh, das war schlecht. Wir müssen da nochmal hin, weil wir brauchen noch Gleise, die wir da anschließen können. Kommen wir da mal hoch dann? Geht nicht hoch, oder was? Wieso kann der jetzt hier nicht hochgehen? Oh Mann, ey. Können wir denn so runter? Aha, dann geht's. Steigung zu groß, okay. Das bedeutet, wir machen mal schnell hier wieder den Bagger raus. Und dann nochmal versuchen, mit den Gleisen da rauszukommen. Steigung zu groß. Schade, ne? Kriegen wir das dann hin? Ja, müssen wir so machen, ne? Und dann da lang. Steigung zu groß. Das heißt, das bedeutet... Machen wir mal so, ne? Und dann so. Und dann so. Ja, funktioniert leider nicht das, was ich vorhabe, ne? Und dass es hier irgendwie nicht tiefer geht, ey. Das kann es ja nicht sein, oder? Ach, kannst du abbauen. Das kannst du auch abreißen. Nochmal das Ganze. Wir fangen aber hier an. Hier geht's noch nicht mehr runter, du glaubst es doch nicht, oder? Wo kann ich denn da ansetzen, dass das klappt, ne? Ich kann nicht tiefer, auch geil, oder? Warum kann man? Doch, kann man. So. Super ist das hier, ne? Ja, einfach nur hier oben dran, ne? Aber das kann er wieder nicht, ne? Ja, geht alles nicht super, oder? Also, geht alles nicht. Alles Kappes, oder? Kannst du so was von vergessen, dieses Bautool. Ach, jetzt ist er so hochgekommen, oder was? Ist er hier oben? Ne, ne? Aber Steigung zu groß, geht nicht. Ne, geht nicht. Wieso, wieso kann ich nicht höher, sag mir das. Mann, das kannst du alles vergessen, ja. Das heißt, im Bahnhof kannst du auch abreißen, ja, brauche ich nicht mehr. Hier runter, hoch, warum hoch? Ich will runter, hallo, spiel, wie doof ist das? Warum geht es nicht nach unten, sag mir das. Warum geht es nicht nach unten? Hier, guck dir das an, oh, doch, jetzt schafft er es, aber Steigung ist trotzdem zu groß, na, super. Ne, das wird wohl wieder nichts mehr. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge weiter, dieses Unterfangen. Ja, das kannst du sowas von vergessen, leider. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das in der nächsten Folge hinkriegen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine O-O-O-B macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wie ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao. Bis dann, ciao.